Auf meiner Uhr ist 12.45 Uhr, glaube ich, und die haben hier, glaube ich, so die Policy, dass sie halbwegs pünktlich anfangen. Wie sieht das Recording aus? Sind wir startklar? Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Hi, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Köbi. Ich erzähle euch heute Quatsch über Wim. Wenn ihr hier sitzt, dann dürften die meisten von euch Wim kennen, die dies nicht tun. Das ist einer dieser awesome Texteditoren, die es da so gibt. Genau, der andere ist Emacs, das ist ein Betriebssystem, das machen wir heute nicht. Sondern wir reden heute ein bisschen über so die Interna von Wim, die man vielleicht nicht so kennt. Konkret geht es um Register und um Makros. Und wenn am Ende noch ein bisschen Zeit ist, dann erzähle ich euch vielleicht kurz zwei, drei Worte über, wie macht man eigentlich Indentation korrekt und was kann man da eigentlich alles einstellen und warum ist das eigentlich alles so kompliziert. Genau, bevor wir anfangen, vielleicht kurz irgendwie ein kleiner Einstieg. Und zwar hört man ja immer wieder Geschichten von Leuten, die irgendwie seit vier Jahren Wim nutzen, weil sie nicht rauskommen. Und es gibt da ja irgendwie dieses Infinite Monkey Theorem, wo es irgendwie heißt, wenn man eine unendliche Anzahl an Affen nimmt und die an unendlich viele Schreibmaschinen setzt und unendlich lange tippen lässt, kommt irgendwann Goethes Faust bei raus. Und es gibt ja dieses Infinite Wim Monkey Theorem, wenn man eine unendliche Anzahl Affen nimmt, die an unendlich viele Wims setzt und unendlich lange tippen lässt, haben sie es immer noch nicht beendet. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch kurz, wie das geht, dann könnt ihr euch nie wieder beschweren. Wenn man Wim startet, dann steht das da auch, ja, type Doppelpunkt Q, enter to exit. Okay, Doppelpunkt Q, enter, exit, sehr schön. So weit, so gut. Manchmal klappt das nicht. Zum Beispiel, wenn man sich vertippt und Q Doppelpunkt drückt. Und dann ist man hier und dann drückt man irgendwie Doppelpunkt Q und dann ist man irgendwie immer noch nicht draußen. Wenn man dann im sogenannten Command Line Window ist, da sind so die letzten Befehle, die man irgendwie eingegeben hat drin, und da kann man entweder auf die letzte Zeile gehen und da Enter drücken und dann Doppelpunkt Q drücken, dann ist man irgendwie wieder raus. Genau, oder man gibt hier irgendwie, man nimmt hier dieses Q oder so und drückt da Enter, dann ist man auch raus. Genau, da kann man irgendwie seinen letzten Befehl editieren. Das ist nur wieder ganz praktisch. Manchmal klappt das auch nicht, weil man irgendwann schon Q gedrückt hat und dann hat man irgendwas anderes gedrückt. Dann steht da unten Recording at A und dann drückt man irgendwie Doppelpunkt Q und dann ist man auch wieder raus. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer. Im Wissen nicht drückt man Doppelpunkt Q, dann ist man raus. Wenn das nicht klappt, drückt man so lange Escape und Doppelpunkt Q, bis es irgendwann dann doch klappt. Genau. Dann haben wir das irgendwie geklärt. Dann können wir anfangen mit, was sind eigentlich Register in Vim. Register in Vim sind quasi Zwischenspeicher für Text. Vim stellt euch von Haus aus eine ganze Latte an Positionen bereit, in denen ihr irgendwie Text zwischenspeichern könnt, um da später irgendwie wieder drauf zuzugreifen. Alles, was man über Register wissen muss, findet man in der Hilfe, die man generell mit Doppelpunkt help erreicht. Und wenn ich da jetzt Registers eingebe, dann steht da alles drin. Und weil sich das aber niemand durchlesen will, erzähle ich euch das jetzt einfach kurz. Genau. Ganz grundsätzlich greife ich auf Register zu, indem ich ein Anführungszeichen tippe, also diese Buchstaben da oben, und dann den Registernamen. Wenn hier also statt Registername der Name eines Registers stehen würde, dann würde ich quasi auf dieses Register zugreifen, wenn ich nicht gerade im Insert-Mode wäre. So. Es gibt im Wesentlichen zehn verschiedene Arten von Registern. Das erste Register, das man eigentlich ständig, wenn man Text kopiert und irgendwo wieder einfügt, implizit nutzt, ist das sogenannte unbenannte Register. Alles, was ich mit Befehlen lösche, die löschen, zum Beispiel mit D, mit C, mit S, mit X oder irgendwas anderem, oder was ich mit Befehlen nutze, die irgendwie Dinge kopieren, meistens ist das Y, wird in das unbenannte Register geschrieben. Und wenn ich irgendetwas irgendwo hinpaste mit P, dann wird das auch aus dem unbenannten Register gepastet. So, wir machen mal ein Beispiel. Hallo, MAMCD. Und wenn ich das jetzt lösche, mit DD für die ganzen Teile löschen und dann mit P wieder paste, dann steht da genau Hallo, MAMCD, weil das eben im unbenannten Register irgendwie drinsteht. Also das ist quasi das Default-Register, das für alles genutzt wird. Die ganzen Dinge, die ich lösche, stehen aber nicht nur im Default-Register, sondern die stehen auch in den sogenannten nummerierten Registern. Wim hat irgendwie die Nummern 0 bis 9 für 10 nummerierte Register festgesetzt. Und das Register 0 zeigt auf den Text, den ich zuletzt gejankt habe. Und die Register 1 bis 9 zeigen auf die 9 letzten Löschungen. So, und das können wir uns mal anschauen. Wir nehmen zum Beispiel mal dieses Wort Hallo und wir yanken das mal. Und jetzt steht das natürlich irgendwie in meinem unbenamsten Register drin. Vielleicht sieht man jetzt sogar, wenn ich Register nutze. Genau, deswegen steht da jetzt irgendwie Hallo. Wenn ich nochmal P drücke, steht da nochmal Hallo. Und so weiter und so fort. Okay. Was wir noch wissen ist, als letztes gelöscht, hatte ich irgendwie Hallo MR-MCD. Das heißt, das müsste jetzt in meinem Register Nummer 1 drinstehen. Also pasten wir einfach mal aus 1 und dann steht da tatsächlich Hallo MR-MCD. So, jetzt nehme ich mal diese Zeile, Hallo, 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 und lösche die. Dann steht die jetzt natürlich in meinem unbenannten Register, aber sie steht natürlich auch in Register 1. Und in Register 2 steht jetzt immer noch Hallo MR-MCD. Das heißt, die ganzen, die letzten Löschungen, die ihr so nutzt, die werden durch 1 bis 9 so durchgeschoben. Und das letzte, was ihr zuletzt gejankt habt mit Y, das findet ihr in Register 0. So, jetzt kennen wir schon eine ganze Anzahl an Registern. Eine Frage, ja? Mit Anführungszeichen. Siehst du da unten in der, rechts unten in der Ecke steht jetzt so Anführungszeichen. Das heißt, ich habe Anführungszeichen getippt und er wartet jetzt den Namen eines Registers. Jetzt drücke ich 1, dann steht da unten in Anführungszeichen 1 und jetzt drücke ich P und dann paste ich aus Register 1. Genau, das mache ich generell mit allen Registern so. Aus dem unbenannten drücke ich einfach nur P, dann pastet der aus dem unbenannten Register und für alle anderen Registernamen funktioniert das genauso. Anführungszeichen, dann der Registername, was auch immer, und dann P. Okay. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge an Registern kennengelernt, nämlich 11 Stück. Und jetzt können wir uns einmal angucken, was da eigentlich drinsteht. Und was in unseren Registern drinsteht, kriegen wir raus, wenn wir Doppelpunkt Registers eingeben oder auch einfacher Doppelpunkt Rec. So. Und dann sehen wir, das oberste Register ist unser unbenanntes Register, da steht eben Hallo, 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 Hallo drin. Dann kommt das 0. Register, da steht Hallo drin und so weiter und so fort. Genau. Das sind also die Inhalte irgendwie aller meiner Register und 0 bis 9 kennt ihr schon, das unbenannte kennt ihr auch schon. Auf den Rest gehen wir jetzt langsam, langsam aber sicher ein. So. Wim hat generell ein weiteres Register, in dem Dinge drinstehen, die gelöscht wurden, nämlich das sogenannte kleine Löschregister. Da greift man mit einem Minus drauf zu und da stehen Dinge drin, die kürzer sind als eine Zeile, die irgendwie gelöscht wurden. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal Hallo MAMCD schreibe und dann, keine Ahnung, zum Beispiel das Allo weg haben will und da ein I haben will, dann lösche ich das und dann schreibe ich da irgendwie ein I hin und jetzt sollte theoretisch in meinem kleinen Register genau das stehen, was ich gerade gelöscht habe, weil es eben weniger als eine Zeile ist. Genau. Dann hat Wim eine ganze Menge oder ja, drei bis vier Read-Only-Register. Nämlich Doppelpunkt, Punkt und Prozent. In Prozent steht an und für sich immer der aktuelle Dateiname. Den können wir einfach mal probieren, hier rein zu pasten und dann sagt er mir No File Name, weil die Datei, die ich gerade nutze, eben noch keinen Namen hat. Das heißt, wir speichern die vielleicht einfach mal unter mmcd.txt. So, jetzt habe ich einen File Name und wenn ich jetzt aus meinem Register Prozent paste, dann steht da eben genau der Name der Datei. Dann gibt es das Doppelpunkt-Register. Da steht gerade offensichtlich wmrmcd.txt drin. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Genau. In meinem Doppelpunkt-Register steht einfach das letzte Kommando drin, das ich verwendet habe. Das ist hin und wieder ganz praktisch. Und dann gibt es das Punkt-Register, das enthält den zuletzt eingefügten Text. Das heißt, da können wir irgendwie auch mal draus pasten und dann sehen wir, okay, das ist irgendwie nichts. Schauen wir mal, steht da irgendwie gerade was drin? Lalalala. Genau, da steht gerade nichts drin. Generell steht da eigentlich der zuletzt eingefügte Text drin. Wenn man den wieder eingeben will, ist es aber meistens deutlich schneller, einfach kurz Punkt zu drücken, statt aus dem Register Punkt zu pasten. Also nutzt dafür einfach den ganz normalen Punkt. Dann gibt es das Alternate File Register Raute. Das enthält den alternativen Namen des Buffers, sprich im Wesentlichen den Namen der zuletzt geänderten Datei. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie statt mrmcd.txt die Datei, keine Ahnung, people.txt editiere, da kommen wir gleich noch zu, die brauche ich gleich noch, dann sollte in Raute jetzt mrmcd.txt drinstehen. Und wenn ich jetzt wieder mrmcd.txt editiere, dann steht in Raute people.txt drin. Also das ist quasi immer die zuletzt editierte Datei, die in dem Raute Register drinsteht. Dann hat Wim ein sehr merkwürdiges oder sehr untypisches Register, nämlich das mit dem Namen istgleich. Das ist das sogenannte Expression Register. und das kann ich nutzen, um Befehle auszuführen, quasi so kleine Rechnereien oder sonstige Dinge. Und das, weiß ich nicht, benutzt man eigentlich sehr selten. Das ist manchmal sehr praktisch. Da komme ich gleich noch zu, wie man das vielleicht benutzen kann. Aber im Wesentlichen ist die Idee, ich drücke Anführungszeichen istgleich und dann kann ich hier sowas wie 2 plus 2 eingeben. Und dann steht hier 4. Das heißt, ich kann da quasi, ich habe quasi sowas wie einen Build-in-Taschenrechner, den ich über dieses istgleich-Register ansprechen kann. Wie gesagt, da kommen wir gleich in einem Beispiel zu, wie man das irgendwie praktisch nutzen kann. Genau, dann hat Wim drei Register, in denen GUI-Auswahl drinsteht, nämlich Stern, Plus und Tilde. In dem Stern-Register stehen ganz generell Dinge, die ich mit der Maus markiert habe. Also Copying the Unix-Way ist ja irgendwie, man markiert Dinge mit der Maus und dann geht man irgendwo hin, drückt mittlere Maustaste und dann steht das da. Das können wir kurz ausprobieren. Wir nehmen zum Beispiel, vielleicht nicht hier, sondern wir nehmen hier irgendwie so ein Wort, zum Beispiel Downloads und dann suchen wir wieder unseren Wim und dann pasten wir aus Stern und dann steht hier Downloads. Das heißt, wenn ich irgendwie Dinge mit der Maus markiert habe, dann kann ich die aus dem Stern-Register da irgendwie einfügen. Dann gibt es das Plus-Register. Das ist im Wesentlichen das Gleiche. Das funktioniert aber genau für Dinge, die ich mit STRG-C aus einer GUI-Anwendung rauskopiert habe. Und dann gibt es das Tilde-Register. Wenn ich Dinge mit Drag & Drop in der Wim GTK-GUI reingezogen habe, dann stehen die irgendwie im Tilde-Register. Bei mir steht da üblicherweise nichts drin. Genau, deswegen wird das hier gar nicht angezeigt. Aber wir sehen, wir haben hier irgendwie das Stern-Register und wir haben hier irgendwie das Plus-Register. Genau, und da steht irgendwie so eine Adresse drin, weil ich die zuletzt aus einer GUI rauskopiert hatte. Genau. Dann gibt es, ganz generell, hatten wir vorhin, dass wenn ich irgendwie Sachen lösche oder Sachen kopiere, dann werden die alle in das unbenannte Register geschrieben. Das kann aber manchmal etwas unpraktisch sein, wenn ich zum Beispiel eine Zeile löschen will und dann möchte ich noch eine Zeile löschen und dann möchte ich die vorherige Zeile irgendwie irgendwo einfügen und die Zeile, die ich gelöscht habe, ist mir eigentlich relativ egal. Dann will ich vielleicht nicht unbedingt, dass mein unbenanntes Register überschrieben wird, weil das das wäre, was passiert. Oder auch wenn ich nochmal Sachen kopiere, dann wird ja mein Register 0 irgendwie überschrieben und das ist gegebenenfalls blöd. Und dafür gibt es das schwarze Lochregister Unterstrich. Das funktioniert im Wesentlichen so wie Def 0. Das heißt, wann immer ich irgendwas da rein, wann immer ich das irgendwie nutze als ein Register, dann wird quasi alles weggeworfen, was da irgendwie reingeht und meine Register bleiben genau unangetast. Das heißt, wir sehen hier jetzt zum Beispiel, da steht gerade HMAMCD in meinem unbenannten Register. Das heißt, wenn ich, oh, äh, hier genau, da, was pastet, dann steht da irgendwie HMAMCD. Ähm, genau. Und angenommen, ich möchte jetzt irgendwie meine Downloads löschen, aber ich möchte immer noch, dass in meinem unbenannten Register HMAMCD steht, dann würde ich also erst das Blackhole-Register eingeben. Ihr seht jetzt hier unten steht irgendwie Anführungszeichen Unterstrich und dann, ups, würde ich D drücken, D, D drücken und dann ist das irgendwie gelöscht und in meinem unbenannten Register steht immer noch HMAMCD. Das heißt, so kann man quasi das automatische Befüllen von Registern so ein bisschen umgehen. Wenn ich versuche, da rauszupasten, kommt da irgendwie offensichtlich auch nichts raus. Das ist hin und wieder ganz praktisch. Ähm, genau. Dann gibt es, äh, als vorletztes, äh, das Register für die letzte Suche. Ähm, das ist einfach ein Slash. Da können wir einfach mal rauspasten. Dann sehen wir, dass ich offensichtlich zuletzt nach Groß Z gesucht habe. Äh, aber ganz generell steht da eben alles drin, was man irgendwie als letztes gesucht hat. Äh, genau. Ich habe jetzt gerade eben nach FU gesucht und jetzt steht es irgendwie in meinem Slash-Register drin. Und das, was der Inhalt dieses Registers, wird auch für HL Search verwendet. Also wenn ihr suchen macht, dann wird ja das gesuchte Wort irgendwie, äh, gehighlighted und dafür wird eben genau der Inhalt dieses Registers benutzt. Den könnt ihr natürlich irgendwie manipulieren, weil da könnt ihr ja im Wesentlichen auch alles, äh, rein, äh, kopieren oder reinlöschen oder was auch immer, was ihr so möchtet. Ähm, das heißt, ihr könnt irgendwie auch ohne Slash irgendwas einzugeben nach beliebigen Dingen suchen. Ja, wenn euch das zu langweilig ist oder ihr nach Dingen suchen wollt, die ihr schon mal gesucht habt, dann könnt ihr genau wie ihr mit Q-Doppelpunkt ins Command-Line-Window kommt, ähm, kommt ihr mit Q-Slash ins letzte Suchen-Window und dann stehen hier so die Dinge drin, die, nach denen ihr irgendwie als letztes gesucht habt. Genau. Äh, und als letztes, als zehnte Art von Registern, die es so gibt, äh, kommen wir jetzt irgendwie zu denen, die so ein bisschen spannend sind. Ähm, das sind 26 benannte Register, die heißen, äh, passenderweise A bis Z, weil wir irgendwie 26 Buchstaben haben. Ähm, und die sind im Wesentlichen dazu da, manuell befüllt zu werden, ja. Alle Register, mit denen wir bis jetzt gearbeitet haben, werden eigentlich von WIM quasi automatisch befüllt. Irgendwie Register 1 bis 9 ja mit den zuletzt gelöschten Dingen. Das Minus-Register mit kleinen Löschungen, äh, Stern, Plus und Tilde mit irgendwie Dingen, die ihr aus einer GUI kopiert habt oder so. Äh, und diese Register A bis Z werden üblicherweise nicht befüllt. Die befüllt ihr eigentlich manuell. Und das ist durchaus ganz praktisch, ähm, weil, angenommen, ihr schreibt irgendwie LaTeX und wollt Dinge, äh, äh, transponieren, ne, so Matrizen zum Beispiel, dann wäre das hier zum Beispiel, äh, valider Code, um genau das zu tun. Und wenn ich das jetzt öfter eingeben will, dann ist es ja irgendwie anstrengend, wenn ich das irgendwie die ganze Zeit tippen muss, weil das sind schon irgendwie sowas wie 13 Zeichen, äh, genau. Aber was ich tun kann, ist, ich kann das einfach nehmen, es in das Register T jenken und dann jedes Mal, wenn ich es nutzen will, aus T pasten und dann habe ich das eben da, ne. Das heißt, wenn ihr irgendwie kleine Einfügungen irgendwie dauernd machen wollt, äh, und zuvor seid euch da irgendwie andere Wege drum zu basteln, die euch eure Programmiersprache oder was auch immer ihr gerade schreibt, geben, ähm, dann ist, man benutzt eines dieser, äh, benannten Register A bis Z dafür ganz praktisch. Ähm, ganz grundsätzlich greift ihr damit, darauf eben auch zu, indem ihr Anführungszeichen und dann den Buchstaben des entsprechenden, des entsprechenden Registers, äh, drückt, in diesem Fall, ähm, T und dann können wir da daraus pasten. Äh, und angenommen, ich möchte da jetzt irgendwie was weiteres drin haben, dann kann ich das hier auch wieder irgendwie, äh, markieren. Hoppala. Und dann nach T jenken und dann sollte es da irgendwie drinstehen. Oh ne, nicht ganz. Ähm, genau. Grundsätzlich greift ihr da mit einem kleinen Buchstaben drauf zu. Ihr könnt, äh, an Register Dinge anhängen, wenn ihr mit einem Großbuchstaben, ähm, da drauf zugreift. Das können wir einmal kurz probieren. Wir nehmen mal das hier und wir schreiben das mal, wir hängen das mal an unser Register, ähm, T hinten dran. Und wenn wir jetzt aus T pasten, dann steht da eben das, was da vorher stand und dann das, was ich da gerade eben angehängt habe. Ja, das heißt, ihr könnt die nicht nur quasi überschreiben, sondern ihr könnt die auch, äh, ihr könnt da, ihr könnt da, ihr könnt da eben auch irgendwie Dinge dranhängen, wenn ihr den Großbuchstaben des Registers statt dem kleinen Buchstaben nutzt. Ähm, so, das ist irgendwie die Übersicht, was in meinen Register drinsteht und was ja manchmal passiert, ist, dass man irgendwie Dinge, die man in einem Register hat, eigentlich lieber in einem anderen Register hätte, weil man sieht, oha, guck mal, in Register 9 steht gerade irgendwie eine Löschung drin, die ich später noch brauche. Äh, die hätte ich jetzt eigentlich gerne in meinem, äh, Register J oder so, weil ich die nachher noch für irgendwas bräuchte. Und dafür gibt es den Befehl, Doppelpunkt, let. Ähm, und dann muss ich ein Register angeben mit add, äh, zum Beispiel J und das, da soll jetzt irgendwie das drinstehen, was in Register 9 steht. Ja, das heißt, mit diesem Befehl würde jetzt quasi alles, was in Register 9 steht, nach Register J schreiben. Also wenn wir uns das jetzt kurz anschauen, dann sehen wir, ah ja, genau hier ist Register J und da steht genau das drin, was auch in Register 9 stand, ja. Das heißt, man kann, wenn man das möchte, sogar so Dinge bauen, äh, wie immer, wenn ich was lösche, dann wird das automatisch in A geschoben und dann so weiter. Das heißt, man könnte diese Register 1 bis 9 noch deutlich erweitern, das ist halt ein bisschen Aufwand und ich weiß nicht, ob man es braucht, aber ganz generell können wir damit eben manuell Inhalte von einem Register in ein anderes Register schieben. Das ist ganz praktisch. Genau. Das war so der erste Teil zu Registern. Jetzt wisst ihr, was Register sind und hoffentlich auch, äh, wie man sie benutzt. Gibt es dazu gerade Fragen? Ja? Kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Mache ich, äh, nutze ich gleich in einem Makro, ähm, dann sieht man das. Also sinnvoll ist auch so, ne? Da muss irgendwie jeder ein bisschen gucken, was er damit macht. Äh, ich finde immer wieder, äh, wenn ich damit arbeite, irgendwie sinnvolle Anwendungsfälle für Register, äh, und dann denke mir immer wieder, oh, das ist voll cool, dass ich das jetzt irgendwie machen kann, weil ich weiß, dass es Register gibt. Aber da muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen selber gucken, ähm, was er da irgendwie machen kann, was er da irgendwie machen will. Oh, das könnte ich tun. Das, äh, tut mir leid. Das wurde gerade eben nach einer Anwendung für das istgleich Register gefragt. Ja? 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 Ähm, die Frage war, ob Registerinhalte, äh, persistent gespeichert werden und, äh, wenn ja, wo. Wir probieren das einfach kurz aus. Wir sehen, das hier steht irgendwie in, äh, meinen aktuellen Registern drin, ne? Ne? Wir beenden einmal, Dom.Q, Ausrufzeichen, sehr gut. Äh, wir starten wieder WIM und schauen, was in unserem Register drinsteht. Und das ist genau das, was da davor drin stand. Das heißt, die werden gespeichert, ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, wo die gespeichert werden. Ich glaube, in, äh, .wim-info oder so, da steht irgendwie ganz viel Scheiß drin und da sollten irgendwie auch die Inhalte von allen Registern, genau, hier unten stehen die Inhalte von allen Registern drin, ja? Ähm, das ist natürlich auch alles irgendwie nur Text, das heißt, das kannst du auch irgendwie wieder beliebig manipulieren. Damit kann man sicher ganz viele ganz, ganz tolle Dinge machen, aber, ähm, wie gesagt, werdet ihr gerne selber kreativ, aber da werden die eben gespeichert. Deswegen hast du sie auch in jedem WIM, in dem du sie nutzt, hast du die Register von dem WIM, den du davor genutzt hast. Genau. Ähm, weitere Fragen? Nein? Dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Äh, und zwar reden wir kurz, äh, über Makros. Oder was heißt kurz? Äh, was ist ein Makro? Naja, ein Makro ist genau das, was man irgendwie erwarten würde. Äh, es ist eine Möglichkeit, einen kleinen Befehl zu definieren, den ich irgendwie, äh, ausführen möchte. Und ein relativ simples Beispiel dafür ist angenommen, und ein sehr konstruiertes Beispiel ist angenommen, ich möchte eine Liste der Zahlen von 1 bis 500, äh, irgendwie erzeugen. Dann könnte ich jetzt irgendwie hingehen und mir so ein Programm schreiben, das mir die Liste von Netzezialen von 1 bis 500 ausgibt. Oder ich könnte irgendwie in meinen Browser gehen und 1, 2, 3 und so weiter irgendwie manuell hochzählen oder so. Aber so bei 70 wird das irgendwie anstrengend. Ähm, oder ich schreibe mir ein Makro. Was ich nämlich tun kann, ist, es steht hier eine 1 und ich kann einfach diese Zeile nehmen und sie, äh, nochmal da drunter kopieren. Dann steht da eine 1 und dann kann ich mit STRG A, das ist Wim für erhöhe die Zahl unter meinem Cursor, diese Zahl erhöhen. Und jetzt kann ich genauso hingehen und sagen, okay, jetzt machen wir das einfach nochmal. Und nochmal. Ja, und dann werde ich irgendwie immer in der Zeile da drunter die Zahl stehen haben, die das Ganze um 1 erhöht. So, ähm, das könnte ich jetzt auch wieder irgendwie 70 Mal durchführen, aber das anstrengend. Deswegen schreibe ich mir einfach ein kleines, kurzes Makro, das das tut. Okay, wie sieht sowas aus? Ähm, Makros ganz generell werden in Wim aufgenommen, ja. Das heißt, ich, äh, sage quasi, okay, ich möchte jetzt ein Makro definieren, dann tippe ich einmal mein Makro, ähm, dann sage ich, okay, jetzt ist mein Makro fertig und dann habe ich mein Makro irgendwo gespeichert. Und das funktioniert mit, äh, Q und dann der Name meines Makros von A bis Z. Das heißt, ich drücke einmal Q, dann drücke ich den Namen, äh, den ich jetzt für mein Makro verwenden will, sagen wir, äh, A. Und dann steht da unten Recording at A. Ja, das heißt, er nimmt gerade ein Makro auf und wird das nachher unter A verfügbar machen. Und jetzt kann ich genau das tun, was ich gerade getan habe. Ich, äh, kopiere die Zeile, ich füge sie da drunter ein. Ich erhöhe die Zahl um 1 und jetzt bin ich fertig mit meinem Makro. Jetzt drücke ich nochmal Q und jetzt ist mein Makro irgendwie gespeichert. Und jetzt kann ich das mit Add und dem Namen des Makros ausführen. Äh, so. Jetzt sieht man das auch, ne? Ich drücke hier einmal Add und dann drücke ich A und dann führt er eben mein Makro aus. So, und weil, äh, Wim irgendwie cool ist, kann ich jetzt vor mein Makro sagen, okay, ich möchte es nicht nur einmal ausgeführt haben, sondern ich möchte es irgendwie 500 Mal ausgeführt haben. Ähm, und dann sage ich irgendwie, äh, 493 Add A und dann führt er das eben genauso oft aus, wie ich das brauche. Ja? Das ist irgendwie ganz cool. So, ähm, jetzt stehe ich aber vor dem Problem, angenommen, ich möchte, äh, zum Beispiel nur die ungeraden Zahlen haben. Okay, dann könnte ich ja hingehen, ähm, und sagen, ich mache das genauso wie gerade eben, aber ich, voilà, erhöhe die Zahl nicht um 1, sondern ich erhöhe die Zahl irgendwie um 2 und, äh, dann tut das im Wesentlichen auch wieder genau das, was ich gerade hatte. Und ich könnte dann auch wieder hingehen und mir irgendwie ein Makro aufnehmen und das, äh, und, und das eben genau das tut und dann dieses Makro wieder ausführen. Aber, äh, ich kann auch hingehen und das Makro, was ich schon habe, verändern. Weil in Wim ist irgendwie alles, was man so macht, Text. Insbesondere sind Makros Text und ich habe mein Makro ja gerade, äh, unter A gespeichert und deswegen finden wir es hier im Register A. Ja, äh, und das ist super, super awesome und super cool, weil das heißt nämlich, um mein Makro zu editieren, nehme ich einfach mein Makro. Das steht irgendwie in, hoppala, nee, in P steht es nicht, sondern das steht irgendwie in A. Da steht jetzt mein Makro, das hier hinten, ähm, was man so ein bisschen schlecht lesen kann, ist diese Steuerung A, was ich gerade gedrückt habe, ähm, für inkrementier das mal. Genau, da komme ich vielleicht gleich auch noch zu, wie man diese Steuerzeichen erzeugt. Aber im Wesentlichen kann ich jetzt hier sowas machen, wie, okay, ähm, dann ändere ich einfach mein Makro und zwar möchte ich ja nicht um 1 inkrementieren, sondern möchte ich irgendwie um 2 inkrementieren. Also schreibe ich einfach eine 2 vor meinen Steuerung A, dann wird das quasi zweimal ausgeführt. Und jetzt nehme ich wieder dieses Makro und, äh, schreibe mir das in A rein. Ja, jetzt steht dieses neue Makro, äh, in A drin. Und jetzt kann ich wieder hier hingehen und irgendwie Add A drücken und dann wird dieses Makro ausgeführt. Ja, und ich kann irgendwie auch 500 mal Add A drücken und dann wird es 500 mal ausgeführt. Genau, das ist, äh, und das ist, äh, eine dieser sehr, sehr coolen Eigenschaften, ähm, die WIM zu so einer großartigen Software machen, ne. Im Wesentlichen ist halt irgendwie, äh, alles, was ich mit WIM verarbeite, Text und insbesondere sind eben Befehle in WIM auch nichts anderes als Text. Und das Ausführen von Befehlen ist halt auch nichts anderes als, da wird quasi Text ausgeführt und den kann ich natürlich mit WIM ganz hervorragend editieren. Und dieses Zusammenspiel macht es irgendwie sehr, sehr großartig, ähm, das Ganze zu, das Ganze zu bedienen und damit irgendwie zu arbeiten und damit irgendwie Quatsch zu machen. Genau, ähm, das war jetzt so ein sehr, sehr simples und sehr, sehr konstruiertes Makro. Ähm, vielleicht gucken wir uns mal was ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Fortgeschritteneres an. Äh, genau, ich hab da mal was vorbereitet. Hoppala. Äh. Puh, tutu. Ah ja, hier, genau. Ich hab so eine Liste, ähm, an, an Leuten, die irgendwie so Software geschrieben haben, plus, äh, Geburtsdaten, plus, wo sie eigentlich gerade herkommen. Und die ist per se schon, ähm, gar nicht so schön, ähm, weil die halt da irgendwie nur nicht so richtig strukturiert, sondern so hintereinander drinstehen. Und deswegen wollen wir jetzt erstmal kurz ein bisschen, ähm, gucken, was wir damit eigentlich so machen können. Und zwar können wir diese Liste erstmal nach Spalten sortieren, äh, beziehungsweise nicht nach Spalten sortieren, sondern erstmal dafür sorgen, ähm, dass das Ganze irgendwie halbwegs hübsch aussieht. Und dafür nutzen wir das, äh, Tool Column. Äh, und dann haben wir mit dem Befehl gerade eben, ähm, mit Prozent, sag ich, Wim, arbeite mal auf der ganzen Datei. Mit dem Ausrufezeichen sag ich, nutz mal nen externen Befehl, nämlich Column minus T. Und dann ist mir das alles schön irgendwie in Spalten angeordnet. Okay, dann kann ich das Ganze jetzt irgendwie noch, ähm, nach, äh, Nachnamen, glaube ich, sortieren. Und dazu gibt es einen Sortier, dieses Programm sort. Äh, und das braucht aber so einen Flag und das vergesse ich immer. Ja, und deswegen habe ich mir das, äh, passenderweise hier mal, ich glaube, in Register S reingeschrieben. Genau. Prozent ausrufe ich ins Sort minus K, ähm, ist das, was ich gerade ausrufen, ausführen will. Und, äh, das könnte ich jetzt einfach hier hinter diesen Doppelpunkt einfügen. Das steht ja schon in meinem Register. Und, äh, das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach Anführungszeichen S drücken und dann P oder sowas, äh, wie ich normalerweise aus Registern pasten würde. Ähm, weil ich ja gerade dabei bin, quasi was einzugehen, weil ich, wenn man so möchte, in so nem Insert-Mode bin. Äh, und dafür kann ich, äh, Steuerung R drücken. Äh, Steuerung R ist genau dafür da, Inhalte von Registern im Insert-Mode einzufügen. Und jetzt seht ihr, dass da unten auf meinem Cursor so ein Anführungszeichen steht. Das heißt, er erwartet jetzt den Namen eines Registers. Und wenn ich jetzt das Register S nehme, ähm, dann ist da genau das, was ich haben will. Da muss jetzt, glaub ich, noch so ne Eins hinten dran. Äh, dann drück ich Enter und dann seh ich, okay, das hat jetzt gerade eben meine, äh, Datei nach, äh, Nachnamen, beziehungsweise nach der ersten Spalte sortiert. Okay, das ist schon mal ganz cool. Ähm, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen, äh, statt den Geburtsdaten irgendwie die Alter der Leute, äh, da stehen haben. Okay, wie machen wir das? Naja, äh, üblicherweise würden wir jetzt, äh, auf die Spalte gehen, auf der irgendwie das Ja steht. Das heißt, äh, das kriegen wir hin mit irgendwie 3 W, dann sind wir genau da, wo wir hinwollen. Ähm, dann löschen wir bis zum Ende des Wortes. Und, äh, wir fügen 2016 minus das, was wir gerade gelöscht haben, ein. Und das ist genau, äh, der Moment, in dem das Expression-Register zum, äh, Tragen kommt. Ich bin jetzt gerade im Insert-Mode. Das heißt, ich möchte jetzt etwas eingeben, was in einem Register steht, ähm, und zwar im Istgleich-Register. Und was ich da eingeben möchte, ist 2016 minus das, was, äh, gerade in meinem, äh, unbenannten Register steht. Und, zack, nein, das hat nicht funktioniert. Wie komme ich in mein unbenanntes Register? Äh, ja. So, wir waren irgendwie hier, ähm, und da möchte ich jetzt irgendwie das, was eine Expression einfügen, nämlich 2016 minus, äh, das da. Genau. Und, äh, jetzt drücke ich irgendwie Enter und dann steht da genau das, was wir haben wollten, äh, und dann sind wir fertig. Und dann gehen wir irgendwie noch an den Anfang der nächsten Zeile zurück, damit wir das da gleich nochmal ausführen wollen. Okay, und wenn ich das jetzt nicht nur für eine, äh, machen will, sondern für eine, äh, Person machen will, sondern irgendwie für alle, dann nehme ich mir, genau wie ich das gerade eben gemacht habe, ähm, wieder ein Makro auf, ne? Das heißt, ich sage jetzt, okay, ich nehme mir ein Makro auf, zum Beispiel nach N, ähm, und unser Makro ist 3W, dann sind wir da vorne, dann, äh, löschen wir das Wort, dann fügen wir irgendwie Dinge aus dem Ist-Gleich-Register ein, nämlich 2015 minus, äh, das, was wir gerade gelöscht haben. Ähm, Enter, dann drücke ich noch Escape und gehe in die nächste Zeile und nochmal Q und dann sind wir irgendwie fertig und dann können wir das mit, äh, at N jetzt irgendwie ausführen und sehen, das klappt in der Theorie ganz gut. Bloß das Problem ist, ich glaube, ich habe mich da um, äh, ein Jahr verrechnet, weil ich aus Versehen, äh, oder geplanterweise 2015 statt 2016 geschrieben habe. Aber auch hier gilt, äh, ich kann ja einfach mein Makro nehmen und, äh, das irgendwie anpassen, ne? Hier steht jetzt, oh, da steht sogar 2016, aber wie gesagt, ich könnte jetzt hier irgendwie andere Zahlen reinschreiben und dann wieder das Ganze nehmen und, äh, nach N schreiben und dann hier wieder ausführen und dann funktioniert das alles wieder ganz gut. Ja, also das ist so ein Beispiel, wie man irgendwie das Ist-Gleich-Register nutzen kann oder wie einfach ein bisschen kompliziertere Makros aussehen und, äh, das Schöne ist, ähm, man muss sich gar nicht so viel überlegen, was man, was man da eigentlich tut, weil im Wesentlichen, äh, führt man einfach genau die Änderungen durch, die man jetzt, äh, gerade 20 Mal, äh, durchführen möchte. Die macht man eben einmal und nimmt sie dabei auf und dann spielt man sie einfach irgendwie immer, immer wieder ab. Genau, und das ist das, was irgendwie an Makros, äh, sehr cool ist und sehr spannend ist und sie sehr, äh, angenehm zu benutzen, äh, macht. Genau, gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Da hinten. Ähm, nochmal bitte? Mhm. Ähm, die Frage war, ähm, wie ich das gemacht habe, dass ich im Insert-Mode auf das Ist-Gleich-Register zugegriffen habe. Ähm, genau, das funktioniert eben mit, mit Steuerung R. Wenn ich, äh, im Insert-Mode bin und jetzt den Inhalt eines Registers einfügen möchte, dann drücke ich eben, äh, Steuerung R. Dann stehen ja die zwei Anführungszeichen, das heißt, er erwartet den Namen eines Registers und jetzt kann ich zum Beispiel A drücken. Dann haben wir irgendwie unser, äh, Makro von, von gerade eben. Oder ich drücke eben Steuerung R, äh, hoppala. Ich bin im Insert-Mode, drücke Steuerung R und dann Ist-Gleich und dann erwartet der hier hinten eben, äh, die Eingabe irgendeine Expression, zum Beispiel, keine Ahnung, 5x3. Drücke ich Enter, steht da 15. Genau. Weitere Fragen, weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Ähm, genau, dann habe ich, äh, noch eine, äh, dritte Sache vorbereitet. Äh, na, so. Und zwar, ähm, möchte ich jetzt kurz irgendwie über Indentation reden. Beziehungsweise über, wie macht Wim das eigentlich, ähm, mit diesem ganzen, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber geschäupert seid, aber irgendwann früher oder später, wenn man sich so damit beschäftigt, dass man doch eigentlich lieber ganz gerne mit 4 Spaces einrücken würde, als mit den per Default, glaube ich, 8 und dass man irgendwie doch lieber keine Tabs hätte oder vielleicht doch, weiß man nicht so genau, dann schaubert man irgendwann früher oder später über so Optionen mit Namen wie Tabstop und Soft-Tabstop und Smart-Tab und Auto-Indent und was weiß ich nicht alles. Ähm, und als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, war ich sehr verwirrt. Da gab es nämlich ganz, ganz viele, ähm, Optionen, die man irgendwie setzen konnte und mir war nicht so ganz klar, was tun die eigentlich. Ähm, und weil ich vermute, dass das euch nicht viel anders geht, dachte ich, ich probiere mal, da ein bisschen, ähm, Sinn reinzubekommen. Und die erste Option, ähm, die man irgendwie findet, ist, äh, Tabstop. Ja, ähm, das ist bei mir in meinem Fall gerade, äh, 4 und Tabstop. Tabstop ist nichts anderes als die Information über, äh, wie viele Columns entspricht eigentlich ein Tab. Ja, wenn ich also quasi einmal, äh, Tab drücke, wie viele Columns komme ich dann eigentlich weiter? Mir ist das gerade 4, ähm, das heißt, ein Tab entspricht irgendwie, äh, 4 Columns. So, ähm, das ist die einzige, die einzige Option, die man irgendwie setzen kann, die bestimmt, wie existierender Text irgendwie aussieht. Alle anderen Optionen, die man so setzen kann, ändern an existierendem Text oder an der Darstellung von existierendem Text nichts, sondern nur Tabstop, weil das eben sagt, wenn immer, wann immer ein Tab auftritt, ähm, möchte ich, dass der so und so viel, äh, Spalten breit ist. Genau. Ähm, ob ich jetzt Tabs nutze oder nicht, wird mit der Option Expand Tab bzw. No Expand Tab, ähm, gesetzt. Okay, das heißt, wir sagen mal sowas, wir setzen mal, ähm, Tabstop, äh, auf den Default, das macht man, glaube ich, mit so einem und, ähm, genau, jetzt ist das wieder auf dem Default von 8. Äh, und jetzt setze ich mal sowas wie, äh, Expand Tab und wenn ich jetzt, äh, Tab eingebe, dann sehe ich da 8 Leerzeichen und jetzt müsste ich auch sehen, wenn da ein Tab wäre, sondern da sind tatsächlich irgendwie nur 8 Leerzeichen. Ja, ähm, wenn ich jetzt diese Option No Expand Tab wieder setze, bzw. wieder entsetze, das heißt, genau so No Expand Tab setze, Expand Tab, ähm, dann sehen wir, wir kriegen wieder, äh, einen Tab. Ja, wenn ich jetzt Tab drücke, dann steht da wieder ein Tab, das wird bei mir eben durch diesen Pfeil hier angezeigt und wir sehen, äh, ein Tab ist genau, äh, 8 Zeichen lang. Okay? Ja? Ähm, die Frage war, wie, äh, du das machst, dass du dir diesen Pfeil anzeigen lässt, ähm, die Option, äh, sind die sogenannten List Chars, ähm, genau, äh, du kannst dir für so Steuerzeichen, ähm, Zeichen setzen, in meinem Fall ist das für Tab so ein kleiner Pfeil für ein End of Line dieser, äh, dieser Haken, ähm, das kannst du entweder lokal oder global in deiner Wim-RZ oder wo auch immer, ähm, setzen und wenn du dann, ähm, Set List oder Set No List oder so, äh, eingibst, oder Set List Ausrufezeichen, weil das ja auch nur ein Toggle ist quasi, mit Ausrufezeichen toggle ich das immer, ähm, dann werden dir hier eben, das siehst du hier, gerade die Enden von Zeilen angezeigt, beziehungsweise auch die, die Tab Characters angezeigt. Genau. Und wie gesagt, mit Tab Stop setze ich eben fest, wie breit ist eigentlich ein Tab und mit Expand Tab und No Expand Tab setze ich eigentlich fest, wenn ich Tab drücke, werden dann, äh, Spaces angezeigt oder werden dann irgendwie tatsächliche Tabs angezeigt. Genau. Bis hierhin ist das alles noch relativ klar, ähm, ein bisschen kompliziert wird das Ganze jetzt, wenn man sich, äh, Soft Tab Stop anguckt. Ähm, Soft Tab Stop ist auch nur so eine Zahl, per Default ist die 0, das heißt, ich nutze das Feature gar nicht. Ähm, sobald ich da irgendwas reinschreibe, ist das quasi die Anzahl an Columns, die ich tatsächlich beim Editieren einrücke, wenn ich einmal Tab drücke. Okay. Das heißt, wir gucken uns mal an, auf was steht, ähm, Soft Tab Stop bei mir eigentlich gerade und wir sehen, sieht so aus, als ob es nicht steht oder als ob es auf dem Default steht, der Default ist, glaube ich, 0, das heißt, ähm, wir setzen mal Soft Tab Stop auf sowas wie 4. Okay. Ähm, und jetzt gebe ich irgendwie einen Tab ein, jetzt habe ich gerade einmal Tab gedrückt und jetzt sehe ich, wurden da irgendwie 4 Spaces hinzugefügt, ne, weil mein aktueller, äh, mein aktueller Wert, Soft Tab Stop ist auf 4 gesetzt, das heißt, immer wenn ich Tab drücke, wird um 4, äh, Spalten irgendwie eingerückt. So, aber wenn ich das jetzt nochmal mache, dann sehe ich, ich bin wieder 4 Spalten weiter, das gibt zusammen 8 Spalten und 8 Spalten sind ein Tab und deswegen steht da jetzt gerade, ähm, dieser Tab. Genau. Wenn ich, äh, Expand Tab, ich habe gerade Expand Tab nicht gesetzt, wenn ich Expand Tab setzen würde, äh, Set Expand Tab, ähm, und jetzt einen Tab eingeben würde, noch einen Tab eingeben würde, dann hätte ich eben genau nicht diesen Tab, sondern dann hätte ich tatsächlich irgendwie, äh, 8 Leerzeichen, weil mein aktueller Tab Stop ja irgendwie 8 ist und weil ich mir ja gesagt habe, mach aus Tabs mal generell Leerzeichen, ähm, wenn ich das, äh, Expand, wenn ich das wieder rückgängig mache und, ähm, jetzt irgendwie 2 Tabs eingebe, dann steht da ein, äh, Tab und der wird quasi genauso auch wieder, äh, gelöscht. So, ähm, das sind also quasi Optionen, die sagen, wie breit ist eigentlich ein Tab und wie weit drücke ich eigentlich ein, wenn ich einen Tab eingebe oder wie weit wird dann eigentlich quasi eingedrückt, ähm, und das ist nun nicht die einzige Möglichkeit, äh, einzurücken mit so, indem man Tab drückt, sondern es gibt eine weitere Möglichkeit, ähm, wenn da irgendwie Code steht oder so, dann kann ich den ja mit, ähm, Spitzenklammern einrücken und ausdrücken, ja, ich drücke jetzt gerade zweimal die Spitzenklammern nach rechts, dann wird der eingerückt, ähm, und zweimal die Spitzenklammern nach links und dann wird der irgendwie wieder ausgerückt. Und wie weit Einrückung und Ausdrückung passiert, ähm, wird mit, äh, Shift-Width bestimmt, ja, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie sage, äh, Shift-Set-Shift-Width und die setzen wir jetzt irgendwie auf 2, ähm, dann würde einmal nach rechts, also quasi, äh, einrücken, äh, würde das Ganze um 2 verschieben und nochmal würde es wieder um 2 verschieben und jetzt sind wir mit den 4, die wir jetzt haben, plus 2, plus 2 bei insgesamt 8 und deswegen sehen wir, okay, da ist jetzt wieder, äh, ein Tab und dann können wir das Ganze irgendwie noch 4 Mal machen und dann sehen wir, hier ist irgendwie der nächste Tab, weil Tabs bei mir ja immer noch irgendwie 8, äh, 8 Zeichen bereit sind und jetzt haben wir das irgendwie quasi wieder um 2 reduziert, wir haben es um 2 ausgerückt und jetzt sehen wir, dass wir hier, äh, 6 Spaces haben und dann erst einen Tab haben. Genau, ähm, das sind die Optionen, die man generell so setzen kann, um irgendwie Einrückung und Ausrückung, äh, zu machen und da gibt es jetzt noch 3 weitere Optionen, die einem, äh, das Leben da ein bisschen leichter oder schwerer machen, äh, je nachdem. Ähm, genau. Die erste Option, die man setzen kann, nennt sich, äh, Smart Tab, äh, und was das passiert ist, äh, was das tut ist, wenn ich am Anfang einer Zeile bin und dann, äh, indentiere und dann Tab drücke, dann sollte man ja eigentlich erwarten, äh, dass ich genau einen Tab kriege, in meinem Fall wären das 8 Zeichen, aber ich habe es auf Tab Stop gesetzt, also eigentlich nur 4 Zeichen, aber weil ich am Anfang einer Zeile bin und Smart Tab, äh, gesetzt habe, wird, wenn ich einen Tab einfüge, nur um meine Shift Width, die ist gerade 2, eingerückt. Ja, wenn ich dann wieder Tab drücke, dann geht das genauso weiter, dass solange ich irgendwie am Anfang einer Zeile bin und dann noch nichts steht, wird eben immer nur um eine Shift Width eingerückt und nicht um, 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 um die tatsächliche Länge eines irgendwie Tabs. Ähm, genauso wird auch um Shift Width ausgedrückt, wenn ich irgendwie Backspace nutze, ähm, und das ist das, was die Option Smart Tab macht. Die nächste Option, die ich in dem Zusammenhang setzen kann, ist, ähm, Auto Indent. Ähm, Auto Indent, äh, tut genau das, was der Samename sagt, nämlich, wenn ich eine neue Zeile anfange, dann wird genau so weit indentiert, wie ich gerade bin. Ja, das ist zum Beispiel, um Text zu formatieren, sehr praktisch. Ähm, wenn ich gerade Text schreibe und den Text dann, äh, und die nächste Zeile da drunter leihen will und Auto Indent gesetzt ist, dann wird eben da drunter, äh, direkt weitergemacht. Wenn ich, äh, Auto Indent nicht setze, dann würde ich quasi am Anfang an der neuen Zeile anfangen. Das sind Optionen, die ich, glaube ich, überall gesetzt habe, weil ich grundsätzlich es schön finde, wenn irgendwie Dinge untereinander stehen, ähm, und das irgendwie ganz praktisch ist. Ähm, und dann gibt es irgendwie, äh, Smart Indent. Smart Indent, äh, überlegt sich so ein paar Dinge mehr, was Indentation angeht. Ähm, Smart Indent ist die Option, mit der man zum Beispiel, wenn man, äh, C-Code schreibt, dann wird irgendwie nach jeder geschwungenen Klammer und nach so einer Liste an Keywords und so wird dann irgendwie eine Ebene weiter eingerückt. Ähm, genau, was genau das noch macht, äh, findet man wie immer in der Hilfe. Äh, ja, da steht irgendwie drin, äh, was, was da passiert. Genau, im Wesentlichen macht es, äh, Smart Auto Indenting, when starting a new line. Ähm, genau, rückt dann irgendwie nach geschwungenen Klammern irgendwie ein oder so, aber das ist eigentlich, ähm, das braucht man eigentlich nicht so super oft, ähm, sondern im Wesentlichen reicht das, wenn man, äh, für ganz normalen Text einfach Auto Indent setzt und für irgendwie, äh, alles andere zusieht, dass man irgendwo eine halbwegs sinnvolle, äh, Syntax- und Formatierungsdatei herbekommt, die einem so Fragen einfach abnimmt und da irgendwie sinnvolle die fortsetzt. Genau. Das wär's, äh, erstmal von meiner Seite. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Ja. Da hinten, glaub ich, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das kann ich mit App B einfach ausführen. Du siehst, jetzt sind List-Characters irgendwie an, jetzt sind sie wieder aus, jetzt sind sie wieder an. Das heißt, du kannst ganz generell, solange du ein Makro aufnimmst, kannst du Vim einfach nutzen, wie du Vim nutzt und Optionen anschalten und ausschalten und Dinge ändern und Dateien öffnen und alles Mögliche machen. Und sobald du aufhörst, das Makro zu recorden, wird eben genau das, was du gemacht hast, alles gespeichert. Das heißt, du kannst alles tun, was Vim tun kann in einem Makro. So. Genau. Weitere Fragen? Ich habe das Problem, wenn man Codes mit dem Win-Paste und das Auto-Indent dann alles kaputt macht. Gibt es irgendeine kluge Methode, das irgendwie zu deaktivieren wäre und man pastet oder kann man kurz Auto-Indent aktivieren und pastet und dann reaktivieren? Ah, die Frage oder die Anmerkung war, dass öfters beim Pasten das vorkommt, dass die Auto-Indentation einem irgendwie alles kaputt macht. Das zu umgehen ist relativ simpel. Dazu gibt es den Paste-Modus. Den kann man mit set-paste irgendwie einfügen und dann kann man hier irgendwie, genau, dann siehst du, wenn du auf Insert gehst, siehst du auch Paste. Das heißt, der würde jetzt irgendwie erwarten, dass du Dinge da reinpastest und dann macht er das eben automatisch richtig und dann kriegst du eben, du kriegst ja üblicherweise dann dieses Phänomen, dass alles so eins weiter eingerückt ist. Nur du hast dann diese irgendwie riesige Diagonale, die da irgendwie sich durch deinen Text durchzieht und das kannst du eben umgehen, indem du in den Paste-Modus gehst mit set-paste und da dann wieder rausgehst. Und was ich glaube, ich habe, ist, ich habe mir das auf irgendeinen Key gebeindet. Ich glaube, sowas wie Lider-P oder sowas. Das heißt, ich drücke einfach einmal, weil mein Lider-Komma ist, Komma-P und dann bin ich im Paste-Modus, dann kann ich den gepasten und drücke ich nochmal Komma-P, dann bin ich da wieder raus. Genau. Nächste Frage. Kannst du deine Vim-RC posten? Die Frage war, ob ich meine Vim-RC posten kann. Ich kann das tun. Ich wollte die sowieso mal irgendwann irgendwo hinstellen. Vielleicht ist das jetzt kein schlechter Anfang, aber erwarte nicht zu viel. Da steht gar nicht so viel drin und ganz viel ist offensichtlich geklaut. So wie das ja immer ist. Genau. Und das ist irgendwie so eine Handvoll Eigenideen drin, aber das kann ich gerne mal tun. Ja. Die Frage war, ob ein Komma als Lider irgendwie sinnvoll ist. Dazu vielleicht zwei, drei Sätze. Die Idee, die da dahinter steht, ist, wenn ich mir eigene Befehle definieren will, dann gibt es die Möglichkeit, sich einen sogenannten Lider zu definieren. In meinem Fall ist das Komma. Andere Leute haben da irgendwie Anführungszeichen oder Slash oder irgendwas. Und wenn ich dieses Zeichen dann in meinem normalen Command-Mode drücke und danach dann ein anderes Zeichen drücke, dann wird eben der Befehl, der irgendwie damit verbunden ist, ausgeführt. Und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit dem Komma als Lider. Ich komme damit ganz gut zurecht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht so genau, was Komma sonst eigentlich tut. Ah. Das brauche ich nie. Oder selten. Oder bis jetzt noch nicht, weiß ich nicht. Aber bis jetzt komme ich mit dem Komma als Lider ganz gut klar. Weitere Frage? Die Antwort oder die Anmerkung aus dem Publikum war gerade eben, dass man grundsätzlich, wenn man sich mit dem Lider irgendwie Dinge überschreibt, diese überschriebenen Befehle einfach auf andere Dinge mappen kann und dann ist alles wieder gut. Genau. Weitere Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Kommt im Zweifel gerne so auf mich zu. Und dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Rest der MZD. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus